Hallo ihr Lieben, nachdem nun gestern das ungeplante Video über Rassismus, Feminismus und René Edelodges Buch online kam, drehe ich nun heute den FemLit Tag von Anna vom Kanal Literaturlehr. Ich habe natürlich ihr Video unten in der Infobox verlinkt und werde mich nun an die zwölf Fragen machen. Ich muss sagen, es hat mich doch auch einige Zeit gekostet, durch mein Bücherregal zu stöbern und die passenden Bücher zu den Fragen herauszusuchen. Ich muss sagen, dass ich eine Autorin zweimal in dem Tag verwenden werde, weil es einfach gepasst hat und ich habe auch zwei Autorinnen dabei, die auch Anne bereits erwähnt hat. Aber Frage Nummer 1. Dein liebstes von einer Frau geschriebenes Buch, das du letztes Jahr lasst? Hier habe ich mir von Melina Michiko Flachar, Herr Kato spielt Familie, herausgesucht. Das war wirklich ein großes Highlight 2018 für mich, denn es geht hier um eine sehr zarte Familiengeschichte mit einem etwas seltsamen Twist, denn Herr Kato ist gerade in Rente gegangen, muss sich da erst so ein bisschen daran gewöhnen, seine Familie ebenso und er nimmt einen Nebenjob an, in dem er Familienmitglieder für andere spielt. Also zum Beispiel tritt er dann in der Rolle eines Ex-Mannes auf oder eines Großvaters und die Menschen, die ihn buchen, haben ganz verschiedene Gründe dafür, die wir hier natürlich auch alle beleuchtet bekommen. Die zweite Frage, eine Autorin, über die nicht genügend Leute sprechen. Hier möchte ich gerne Josefa Mendels benennen. Das ist auch das einzige Buch, das ich bisher gelesen habe und das erste, das ins Deutsche übersetzt wurde aus dem Gesamtwerk von Josefa Mendels. Sie ist eine in den Niederlanden sehr bekannte Autorin, hat auf Niederländisch geschrieben und ist als Jüdin vor dem Überfall der Nazis auf die Niederlande geflohen und ins Exil gegangen und auch in diesem Buch verarbeitet sie eigene Erfahrungen und hat ganz, ganz starke weibliche Charaktere hier geschaffen. Die weibliche Hauptfigur in dem Buch ist eine ganz besondere Frau und ganz speziell auch dargestellt. Dazu kommt noch ein ganz großartiger Schreibstil, Wortneuschöpfungen und ja, ich war wahnsinnig begeistert von dem Buch und kann es jetzt kaum erwarten, bis die nächste Übersetzung dann erscheint. Und wir bleiben auch in den Niederlanden bei Frage 3, der Frage nach einem historischen Buch einer Autorin, das vor 1950 spielt. Und obwohl die Autorin Genevieve Glassford Engländerin ist, spielt ihr Buch Worte in meiner Hand in den Niederlanden. Es geht hier um eine junge Magd, die eine Stelle bei einem Buchhändler antritt und das für sie ganz besonders ist und schön, denn sie liest und schreibt wahnsinnig gerne. Und eines Tages trifft sie dann dort auf René Descartes und ein Austausch beginnt zwischen diesen beiden Personen, der sehr schön geschildert ist in dem Buch. Frage Nummer 4, ein Sachbuch einer Autorin. Und hier zeige ich euch jetzt ebenfalls Solana Aleksejevic. Anna hat diese Autorin auch gezeigt, allerdings mit einem anderen Buch. Sie hielt ihr Buch über Chernobyl in die Kamera und ich möchte euch gerne Secondhand-Side ans Herz legen, denn in diesem Buch hat die Autorin, die übrigens auch einen Nobelpreis erhielt, verschiedene Menschen interviewt und diese Interviews niedergeschrieben und in allen Interviews geht es um den Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir erfahren hier ganz persönliche Sichtweisen, sowohl von Gewinnern als auch Verlierern dieser einschneidenden Wende. Frage Nummer 5, das Buch einer Schriftstellerin, das dir die Augen öffnete. Ich habe mir hier Human Acts oder auf Deutsch Menschenwerk von Han Kang herausgesucht. Sie ist eine koreanische Autorin, die hier über die Ereignisse in Gwangju in Südkorea 1980 schrieb, als dort der Staat mit sehr großer Gewalt auf einen Studentenaufstand reagierte. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich weiß auch recht wenig über südkoreanische Geschichte und das ist noch gar nicht so lange her. Das passierte in dem Jahr, als mein Bruder geboren wurde. Ein LGBTQ-Plus-Buch einer Autorin. Dafür habe ich mir Ellie Smiths Kurzgeschichtensammlung, die ganze Geschichte und andere Geschichten ausgesucht. Denn was ich an diesen Kurzgeschichten so schön fand, war, dass sie verschiedene Beziehungsgeflechte analysieren und dass gleichgeschlechtliche Beziehungen hier ohne großes Terrain einfach ganz natürlich in die Geschichte eingewoben sind. Und dass nicht spezifisch herausgestellt ist, dass wir jetzt eine LGBTQ-Plus-Geschichte haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in unserer Gesellschaft irgendwann auch an dem Punkt angelangen, dass man einfach nicht darüber sprechen muss, weil es ganz normal und natürlich ist. Frage Nummer 7. Ein empfehlenswertes Debüt. Hier suchte ich mir Krokodilwächter von Katrine Engberg aus, eine dänische Autorin, die eigentlich Tänzerin und Regisseurin war und sich dann aber irgendwann wegen ihrer Liebe zu Bücher und Krimis. Dazu entschied selbst, einen Krimi zu schreiben, der in Kopenhagen spielt. Ihr wisst, dass ich normalerweise keine große Krimi- und Thrillerleserin bin. Allerdings hat mir dieses Buch sehr gefallen, denn Kopenhagen ist hier nicht nur Kulisse, sondern Protagonist. Außerdem gibt es natürlich, wie in einem skandinavischen Krimi zu erwarten, charismatische Ermittler und einen recht brutalen Mord an eine jungen Frau, der dann einen Twist erhält, denn im gleichen Haus lebt eine Schriftstellerin, deren Manuskript große Ähnlichkeit zu dem Mord aufweist. Nummer 8. Ein Zitat aus einem Gedicht einer Autorin. Hier habe ich ganz einfallslos auf Wiesbauer Schimbrotuska zurückgegriffen, obwohl Anna diese Autorin ebenfalls erwähnte. Ich habe mir hier das zweisprachige Buch hier von ihr gegriffen. Das ist in Polnisch und Englisch gehalten und ich möchte euch eine kurze Textstelle daraus vorlesen. Faces, billions of faces on the earth's surface, each different, so we're told, from those that have been and will be. But nature, since who really understands her, may grow tired of her zeaseless labors and so repeats earlier ideas by supplying us with pre-worn faces. Those passes by might be Archimedes in jeans, Catherine the Great draped in resale, Sam Farrow with briefcase and glasses. Nummer 9. Die Biografie oder die Memoiren einer bemerkenswerten Frau. Ich habe hier ein Buch, euch zu zeigen, von Connie Palmen, Die Sünde der Frau, das gleich vier Kurzbiografien vereint von starken Frauen, die alle eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass sie sich in ihrer Zeit nicht dem Rollenbild der Frau gemäß verhalten haben. Es geht um Marilyn Monroe, wie ihr schon auf dem Cover sehen könnt, aber auch um Marguerite Duran, Jane Bowes und Patricia Highsmith. Deine Lieblingsautorin, die einer anderen Ethnia angehört, als du selbst. Jetzt, ich weiß nicht, ob es Schummeln ist, aber ich habe euch diese Autorin bereits in diesem Video gezeigt und das ist Han Kang. Ich zeige euch nur jetzt immer ein anderes Buch, The Vegetarian oder Die Vegetarierin auf Deutsch. Ich finde, Han Kang hat einen ganz außergewöhnlichen Schreibstil, den ich vorher noch nirgends so richtig kennengelernt habe und ich mag auch diese englischen Übersetzungen. Ich finde, Deborah Smith hat hier herausragende Arbeit geleistet, den Schreibstil auch ins Englische zu transportieren. Übrigens ist Deborah Smith, die Übersetzerin, auch eine der Gründerinnen eines unabhängigen Verlages Tilted Access Press, die sich darauf spezialisieren, asiatische Literatur, die oft wenig Chancen hat, im Westen großen Absatz zu finden, zu übersetzen und zu publizieren. Elf, eine Autorin, die aus den Naturwissenschaften kommt. Hier möchte ich euch gerne eine Quallin von Lysa Ann Gershwin zeigen. Das ist eine australische Biologin, die sich und ihr Leben den Quallen verschrieben hat. Das Buch ist übrigens auch ganz wunderschön mit sehr tollen Fotografien von Quallen. Ich zeige euch mal ein paar. Und ich habe hier sehr viel gelernt über eine Tierart, über die ich vorher recht wenig wusste. Und die letzte Frage zielt auf ein Buch einer Autorin, das sich mit psychischen Problemen oder Mental Illness beschäftigt. Ich habe hier ein Buch von Katarzyna Tutschkova, Das Vermächtnis der Göttinnen. Das Buch spielt in den Weißen Karpaten, also in einem Gebirgszug an der Grenze zwischen Tschechien und der Slowakei. Und es ist auch eine Art historischer Roman, denn es geht hier um eine Familiengeschichte, in der Hexen eine Rolle spielen beziehungsweise Heilerinnen, die in einem Dorf in diesen Bergen gelebt haben. Und das ist ein ganzes Heilerinnengeschlecht. Also das Wissen über Medizin und Heilung wurde von einer Frau zur nächsten über Generationen weitergegeben. Und dieses Heilerinnengeschlecht hat die Aufmerksamkeit Himmlers auf sich gezogen und wurde in seine Hexenkartei eingetragen. Später dann, im Sozialismus, wird eine der letzten dieser Heilerinnen dann in eine psychiatrische Klinik gesteckt. Und ob das aus politischen Gründen geschah oder weil diese Frau psychische Probleme hatte oder vielleicht auch ein Mix aus beiden, das versucht die Protagonistin in dem Buch herauszufinden und sie geht dabei auch noch einige Generationen weiter in die Vergangenheit. Ich fand das Buch wahnsinnig interessant und der Schreibstil war auch ganz, ganz toll. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Anna hat ja bereits eine Vielzahl von anderen Booktubern und Booktuberinnen getaggt. Ich möchte gerne noch Nicole liest so gerne, Melanie liest, Jennys Lesestoff, Schwarz auf Weiß und Senf dazu zu diesem Tag einladen, wenn ihr möchtet. Und damit vielen Dank fürs Schauen. Ich wünsche euch nach einem ganz wundervollen Sonntag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!